Untertitelung des ZDF, 2020 Das Oben ohne Zombie-Special kommt nicht vor Freitag raus, mein perverser Freund. Hm, das ist nicht der Grund, wieso ich hier bin. Ich hab dein Problem. Lass mich raten, der Name deines Problems ist, äh, Matthew Griffin. Kann man so sagen. Und, wie kommt's, dass dein loyaler Handlanger jetzt nicht bei dir ist? Habt ihr euch schon wieder um das letzte Stück Pizza gestritten? Nicht ganz. Es ist viel ernster als das, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir darüber rede. Verstehe. Es geht um Superzuckerschnecke, oder? Nein. Keine Sorge, Alter, ich bin auf deiner Seite. Wenn man so verdammt heiß ist, muss eine Superkraft dahinter stecken. Es gibt keine andere Erklärung. Nein, das ist es nicht, Charlie. Sag nichts. Matt ist schon wieder lattenstramm, oder? Als sein Dungeon Master hab ich ihm gewarnt, dass Alkohol und Würfel nicht gut zusammenpassen. Jetzt könnte er überall sein und denkt, er ist eine Level 26 Elfenkriegerin. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Wir wissen beide, dass diese Elfe nicht zimperlich ist. Nein, Charlie, das ist es auch nicht. Aber Matt hat ernste Schwierigkeiten. Habt ihr etwa wieder die Regeln des Dungeons gebrochen? Hm, nein? Wie sag ich das am besten? Okay, also jetzt im Moment ist Matt nichts weiter als eine unförmige Masse aus Blut und Hackfleisch. Dein Ernst? Ich fürchte ja. Ganz gleich, was ich tue. Die, die ich liebe, sind immer die, die bezahlen. Ah, lass den Scheiß, Peter Parker. Alter. Pass auf, Charlie. Ich mag dich nicht besonders. Eigentlich gar nicht. Genau genommen traue ich mich manchmal von deiner Beerdigung, aber halten wir uns nicht mit Details auf. Das Ding ist, auch wenn ich dich nicht ausstehen kann, ich glaube, du bist der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Na dann, schieß mal los. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das Raum-Zeit-Kontinuum verändert. Oh, nein. Ich wusste, der Tag würde kommen. Ich wusste es. Ihr habt alle gesagt, ich wäre verrückt, als ich all meine Erspartes für den DeLorean ausgegeben habe. Wer lacht jetzt, Skynet, hä? Wer lacht zuletzt? Alter, Charlie, entspann dich. Du hast ein Vermögen für ein 1 zu 10 Modell ausgegeben. Und selbst wenn es funktionieren würde, dann müssten wir die Zukunft in die Pfoten deines Hamsters legen. Weißt du, Randall, du bist ein sehr negativer Mensch. Kein Wunder, dass du eine interdimensionale Bresche geschlagen hast, die das ganze Universum vernichten wird. Mit der Einstellung musste das passieren. Ach ja? Tja, jetzt gerade habe ich nur den Drang, einen Comic-Laden zu zerlegen. Weißt du? Unwahrscheinlich. Ich habe einen lebensgroßen Captain Red-Aufsteller. Er würde das niemals zulassen. Komm schon, Alter. Das ist ernst. Ich bin in der Zeit gefangen. Heiliges Tannhäuser-Tor. Sprich nicht weiter. Ich such schnell Bill Murrays Nummer raus. Nein, Charlie. Bill kann dieses Mal nichts tun. Warum nicht? Er ist vertraut mit der Situation. Wir sollten zumindest mal auf IMDb recherchieren. Halt die Klappe und hör genau zu. Und so baust du dir ein hausgemachtes Anti-Schwerkraft-System mit nichts weiter als einer Katze und einer Scheibe gebutterten Toast, die du auf ihrem Rücken festmachst. Sehr interessant. Aber denkst du, es wäre auch ohne Toast möglich? Ich meine, was wäre, wenn du einfach den Katzenrücken mit Butter bestreichst? Vielleicht. Aber ich denke, ohne Weizen wäre es einfach nicht dasselbe. Also, zurück zum Problem. Irgendwelche Vorschläge? Nur einen. Hast du mal über eine Therapie nachgedacht? Da ist dein super Psychiater gleich die Straße runter. Ein Seelenklempner? Komm schon, ich mein's ernst. Randall, deine Story ist fasziniert. Aber mir ist sowas auch schon passiert. Und ich habe gelernt, dass das Beste in dieser Situation ein Profi ist, der dir hilft. Ein paar Pillen später geht's dir auch schon besser. Uh, Pillen für umsonst klingt gar nicht so schlecht. Vielleicht besuche ich ihn doch mal. Es wird dir gut tun, glaub mir. Dr. Johnson ist ein echter Experte auf seinem Gebiet. Gibt's was Neues im Dungeon? Oh, du wirst nicht glauben, was neulich passiert ist. Da flippst du aus, Kumpel. Also, ich bin nicht dein Kumpel, aber davon abgesehen, erzähl weiter. Ich war einfach hier, kümmere mich um meinen Kram. Und da kommt so ein Typ rein. Alter, gebrechlicher Kerl, mit Brille. Aber bei näherem Hinsehen fällt mir auf, der sieht genauso aus wie Stan Lee. Stan Lee war hier? Nö, stellte sich raus, dass er nur irgendein alter Mann war, der nach der nächsten U-Bahn gesucht hat. Hm, hast du ihn dazu gebracht, was zu unterschreiben? Klar! Wow, hier arbeiten muss ja wie jeden Tag Weihnachten sein. Ah, kann mich nicht beschweren. Wenigstens ist diesen Mittwoch Sci-Fi-Con. Bist du dabei? Ich werde meinen eigenen Stand haben. Nein, danke. Ich hasse diese Veranstaltung. Überall nur anstehen. Warum hingehen, wenn man sich die Infos auch aus dem Internet holen kann? Davon abgesehen, stinkt's immer nach Nerds und alten Cheetos. Also, was kannst du mir über diese Nerd-Convention erzählen? Hey, das heißt Sci-Fi-Convention, okay? Da werden eine Menge heißer Mädchen in sexy Kostümen sein. Na, kommt drauf an, was deine Vorstellung von sexy ist. Wenn's da Mädchen gibt, glaube ich nicht, dass auch nur eine davon deinen Erwartungen gerecht wird. Worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wenn sich da ein Mädchen als Felicia verkleidet, dann sieht sie tatsächlich eher aus wie Doraemon. Meinst du nicht? Wie kannst du sowas Furchtbares nur sagen? Die Wahrheit tut weh, mein Freund. Sie tut weh. Was für besondere Sammlerstücke hast du dieses Jahr dabei? Oh, ne Menge, auch ein paar unterschriebene Sachen. Von wem unterschrieben? Von dem klapprigen Halten, von dem du erzählt hast? Ausnahmslos. Das ist alles? Nichts Extraordinäres? Nichts. Du weißt schon. Auffälliges oder Paranormales? Na ja, jetzt wo du's sagst, ja, da, da gibt's was. Aber das ist top secret. Da musst du wohl abwarten. Ach, komm schon, Charlie. Du weißt, dass Geduld nicht meine Stärke ist. Nicht mein Problem. Alter, wir kennen uns seit dem College. Weißt du noch? Komm schon, um der alten Zeiten willen. Seit dem College, ja? Genau. Das war noch Zeit, ne? Ja, ich erinnere mich sehr gut, wie ihr mich nie dabei haben wolltet. Wie ihr mit Steinen nach mir geworfen habt, wann immer ich in eure Nähe kam. Und ich erinnere mich auch daran, wie ihr mir weisgemacht habt, dass ich in weniger als einem Jahr sterben würde, weil das ein Seher gesagt hat. Ja, der war gut, oder? Gut? Ich habe ein Jahr in Angst und Schrecken verbracht. Ich dachte, ich könnte jede Sekunde sterben. Das war die reinste Hölle. Wie lustig. Ja, und dann das eine Mal, als ihr euch entschlossen habt, eine Neuverfilmung von Stephen King's Carrie zu machen, mit mir als Star. Und als ihr kein Kunstblut hattet, habt ihr einfach einen Eimer voll altem Fisch über mir ausgekickt. Hahaha. Ah, gute alte Zeit. Ich habe eine Fischallergie. Ich war wochenlang im Krankenhaus wegen euch. Ich wäre fast gestorben, weißt du noch? Ah, stimmt. Du bist allergisch gegen Fisch, jetzt weiß ich's wieder. Du bist ganz blau geworden und so sehr angeschwollen, dass ich dachte, du würdest platzen wie ein Ballon. Oh Mann. Ich vermisse diese Zeiten. Ich nicht. Wirst du in ein Kostüm hingehen? Naja, nicht so richtig. Oh, schon kapiert. Was wäre ein besseres Kostüm als ein Comicverkäufer, hm? Genial, Charlie. Echt clever. Also, eigentlich arbeite ich seit einiger Zeit an was. Die Idee habe ich aus einem Do-it-yourself-Video aus dem Internet. Und nach ein paar Wochen harter Arbeit und ein paar Aufenthalten in der Notaufnahme kann ich mit Stolz verkünden, dass ich das beste Kostüm aller Zeiten habe. Und ich denke, niemand wird da widersprechen. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Was für ein Kostüm soll das sein? Ein Comicbuchverkäuferkostüm. Willst du mich verarschen? Ein Comicbuchverkäuferkostüm mit Klauen. Wow. Ziemlich cool, oder? Ich widerspreche nicht, dass dir da niemand widersprechen wird. Die sehen wirklich scharf aus. Hey, mit diesen Babys könnte ich ein Schwein in fünf Sekunden zerlegen. Gestern musste ich sie fast auf einer öffentlichen Toilette benutzen. Vorsicht, Charlie. Comics und scharfe Klingenwaffen sind der erste Schritt, um in den Nachrichten zu landen. Ich suche einen Ring. Einen bestimmten? Verrate mir einfach den Namen der Serie, des Films oder vom Kopf. Ich habe garantiert, was du suchst. Nee, nicht die Art Ring. Ich rede von einem Ring, der von einer mysteriösen, spirituellen Aura umgeben ist. Der dich zu Diebstahl oder Selbstmord zwingt. Weißt, was ich meine, oder? Nö, da klingelt nichts. Nicht? Und was ist mit dem an deiner Halskette? Der? Oh, das ist nur ein billiges Familienerbstück. Nichts Besonderes. Ach, Charlie, du bist ein Scheißlügner. Ich weiß, dass du den heute Morgen in Mells Laden gekauft hast. Ich habe deinen Namen in der Liste gefunden. Komm schon. Wie viel? Okay, reden wir mal Klartext, ja? Der Ring, von dem du sprichst, gehört jetzt mir. Ich habe ihn ehrlich erworben. Und ich bin mir sicher, dass du dir im Klaren darüber bist, dass er ein Vermögen wert ist. Ein Vermögen, das nur noch von seiner geheimnisvollen Kraft übertroffen wird. Und wegen all dieser Gründe ist er absolut unverkäuflich. Oh, Charlie, ich bitte dich. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Ich habe Geld. Viel Geld. Wenn du ihn so sehr willst, dann komm am Mittwoch zur Sci-Fi-Con. Dr. Fred Edison Street. Und sei bereit, deine Tassen leer zu machen. Das wird nämlich nicht billig. Weißt du, Mittwoch passt mir gar nicht. Was kann ich tun, um dich umzustimmen? Nichts. Naja. Wenigstens habe ich es versucht. Comics, Comics und noch mehr Comics. атhal. Wir Tonight. Alles witzig. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Aus dem Glas hat Charlie getrunken, bevor er vergiftet wurde Charlie Stroheim ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020